20. 20. 21. 21. 22. 23. 32. 31. 32. 33. 33. 34. 36. 39. 39. 39. 40. 41. 41. 42. 42. 42. 44. 44. 44. 45. 47. 44. 45. 46. 46. 47. 46. 44. 44. 44. Da traf es sich, daß der Gärtner Beverin einer der wenigen reinlichen Menschen dieser Zelle war. Er wischte mit einem Lappen den Staub von den stets an die Wände geklappten Drahtpritschen, und ich richtete es, daß wir einander dabei wie von ungefähr begegneten. Er schien sich zu fragen, ob es schicklich sei, mir einen Morgengruß zu sagen, und er hatte auch meinen Gipsarm sorgsam im Auge. Ich verstand ihn, und um ihm zu zeigen, wie wenig er diese Keule zu fürchten habe, legte ich den eingesteinten Arm auf den Rücken und hielt ihn dort waagrecht mit der anderen Hand. Der Gärtner erkannte die friedliche Geste, und gleich sah er weniger bekümmertet rein, und gleich putzte er eifriger das aufgeklappte Eisenbett, und als ich sah, daß die anderen, die sich von unserer Begegnung wohl etwas versprochen hatten, nach der ersten Enttäuschung wieder in ihre alten Bahnen traten, und als ich sah, daß nur noch der Hauptsturmführer uns sehr wach in den Augen hielt, und als ich sah, daß sich die knochige Gärtnerhand mit dem Lappen an einem Pritschenscharnier zur Schaffen machte, das in der richtigen Höhe saß, kehrte ich Jan Beveren wie zum Abgang den Rücken zu, und den Arm mit dem Gipsgestein hielt ich dabei immer noch auf dem Rücken. Und so trat ich einen scharfen Schritt zurück, und nur die Zellenwand hielt mich auf, und das eiserne Bettgestell an ihr, und die Gärtners Hand auf dem kantigen Scharnier, und wenn auch der Gärtners Atem an meinem Ohr vorbeifuhr wie Feuerlohe, so stemmte ich mich doch auf den Pantinen in den Asphalt, und weil meine hart verbundene Linke fest genug verkeilt war, brauchte ich sie nicht mehr mit der rechten zu halten, und so hatte ich die frei, mich im Drahtgeflecht der Nebenpritsche festzukrallen, und meinem Rücken und dem Gips um meinen Arm noch weiteren Druck zu leihen. Ich hatte den Gärtner nun schon öfter Seufzen hören, aber immer hatte ihm irgendein Kummer die Luft so abgedrückt. Jetzt war das anders. Jetzt war sein Seufzen anders, denn der Schmerz kam nicht vom Herzen. Scharf fuhr ihm die Luft aus dem Gärtner Maul, und der Vorgang an seiner Hand hielt ihn so besetzt, daß er mit seinen anderen Gliedern nichts anzufangen wußte. Ich habe keinen Grund, ihn zu rühmen. Es ist nur wahr, daß er nicht greinte. Er spie geräuschvoll Luft aus und riß geräuschvoll Luft in sich hinein. Er schrie uns keinen Schließer herbei. Es haben nicht einmal alle in unserem Loch gemerkt, was ich mit dem Tulpenmann machte. Die meisten schon, aber sie taten, was hier gebräuchlich war. Aber sie kümmerten sich lieber um die Faison ihrer Hälse und Hände und sahen allenfalls verstohlen hinüber zu uns an der Pritschenwand. Sie waren mir auch nicht wichtig. Wichtig war nur der Hauptsturmführer, und ich erwartete, daß er seinem Gehilfen zu Hilfe käme. Ich erwartete es voller Angst, denn ich wußte nicht, wie ich einem Hauptsturm begegnen sollte. Ich wußte nur, der war noch mit einer Hand besser, als ich es mit zweien gewesen wäre. Aber seltsam, er ließ mich mit Jan Beveren allein. Er sah uns mit tiefem Interesse zu und rührte sich nicht. Und ich fragte mich, wie lange er sich nicht rühren würde. Überhaupt kam es jetzt wieder auf die richtige Zeitnahme an. Wann lässt man eine Hand, von der die geschlitzte grüne Busbeck gezogen worden ist, aus der Klemme zwischen Gipsverband und Bettscharnier? Wann lässt man die Hand, die uns beinahe im Lokus ersäufte, wieder in die Freiheit gehen? Wie lange darf man denn eine Hand halten, wenn man von ihr weiß, daß sie für die Pflege der Tulpenrabatten von Auschwitz unentbehrlich war? Ich wußte nur, sie mußte so lange bei mir in Verwahrung bleiben, bis ich dem Gärtner mehr genommen hatte, als nur das Wohlgefühl an seinen äußeren Gliedern. Und weil ich ihn nicht gut nach seiner Verfassung fragen konnte, hielt ich mich an den Hauptsturmführer, und als ich in dessen Tigergesicht einen ersten Schimmer von Besorgnis gewahrte, drückte ich noch einmal von den Hacken hinauf bis zu Rücken- und Gipsverband meine Angstwut in die Hand des Hauptscharführers Jan Beveren, und als ich ihn fast kraftlos seufzen hörte, ging ich davon, und widerstand der Versuchung, zum Vorgang auch noch das Maul aufzutun. Das besorgte ein anderer, und ausgerechnet einer, den ich bis dahin kaum hatte sprechen hören. Wäre es nicht um seinen Namen gewesen, hätte ich ihn wohl gar nicht wahrgenommen. Er hieß aber Sorgenmehl, und viele riefen ihn gerne so. Er war Reichsbahnrat, und er war auch sonst noch gebildet, wie sich jetzt zeigte, denn er sagte, Und ich erkannte immerhin, dass es Englisch war. Die sehr gebildeten Stände lachten sehr, und die nicht so gebildeten wollten wissen, was Reichsbahnratsorgenmehl denn da abgezogen habe. Major Lundenbräuch zeigte gern, was er wusste, und er wusste, dass der Eisenbahner den Titel eines amerikanischen Buches zitiert hatte. Eines sehr bekannten und sehr erfolgreichen Buches, und wörtlich lautete die Überschrift, »Wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst«. Da konnten auch wir Ungebildeten mitlachen, und als der Reichsbahnrat Sorgenmehl gesagt hatte, »Er persönlich übertrage sich den etwas länglichen englischen Text zu dem kurzen deutschen Wort »Die Kunst, sich Freunde zu machen«, ging das Gelächter durch alle Bildungsstände, und auch mein Freund Jan war beinahe herzhaft dabei, und den Staublappen hatte er in Wasser getaucht und zur Kühlung um die angedrückte Hand gewickelt. »Wieso denn Sorgenmehl können Sie so fabelhaft Englisch?«, fragte Lundenbräuch und gab so zu verstehen, dass er ein fabelhaftes Englisch zu erkennen wußte, und es stellte sich heraus, dass der Reichsbahnrat vor Jahren einmal trainiert worden war, nach erfolgreichem Abschluss des Unternehmens Seelöwe die Aufsicht über das englische Eisenbahnwesen zu übernehmen. Da waren sie denn wieder in den vertrauten Redekurven. Was geworden wäre, wenn sich der Führer nicht plötzlich für Barbarossa statt Seelöwe entschlossen hätte? Was wir gewonnen hätten, wenn wir zunächst einmal Gibraltar gewonnen hätten? Wo wir jetzt stünden, wenn wir gleich nach Persien durchgemacht wären? Wie man sich mit den nordischen Dänen und Norwegern hätte zusammentun und über Island und Grönland und Kanada an die kalifornischen Ölfelder hätte gelangen können? Wie wir den Krieg hätten führen müssen, um ihn gar nicht verlieren zu können? Wo wir dann jetzt wären? Jedenfalls nicht hier. Jedenfalls nicht hier. Und die Einsicht, dass wir jedenfalls jetzt hier waren, machte uns für eine Weile stumm. Endlich sagte Major Lundenbräuch, da können wir ja eigentlich einen Konversationszirkel bilden, wenn hier so viele Herren Englisch können. Scheiße auf euren Konservenzirkel, sagte einer der gröberen SS-Männer. Und als der volksdeutsche Lehrer jedermann ins Gedächtnis rief, wie oft er schon Polnischunterricht angeboten habe, sagte er, Scheiß auf euer Wasser, Polnisch! Aber er hatte nicht viel zu sagen. Der konnte vielleicht mit anfassen, wenn es nächstens galt, jemanden aus dem Schlaf in den Klosett verschlagt zu zerren. Aber im Sprachenstreit hatte er zu schweigen, zumal nicht einmal deutsch war, was er dafür hielt. Ich hätte sagen können, dass ich im Augenblick Polnisch für zweckmäßiger erachtete und dass ich, wenn auch nicht an aufsichtsführender Stelle, im polnischen Eisenbahnwesen tätig gewesen war. Aber zum einen wusste ich nicht, ob ich bei der fortdauernden Schwellung meines Gesichts überhaupt zum Sprechen hinterlage war. Und zum anderen hielt ich es ganz gut aus, einmal nicht in die so verschiedenartige Unterhaltung meiner Horden-Nachbarn einbezogen zu sein. Und schließlich, ein Zellenältester hält Haus mit seinen Meinungen. Weil die weniger Gebildeten in der Mehrzahl waren, einigte man sich auf einen Englischkurs, einen Grundlehrgang, an dem sich jeder beteiligen konnte. Und man wollte es für tolerabel halten, wenn sich die Fortgeschrittenen außerhalb des Zirkels in freier Unterhaltung übten. Plötzlich war der Reichsbahnrat Sorgenmehl ein Chef, und plötzlich sprach er sehr viel, und er fing auch gleich an, uns in strengem Lehrerton mit I, you, he, she, it zu triezen, und die pädagogischen Ratschläge des volksdeutschen Polnischkönners musste er sich einige Male verbitten. Wer sich am Kurs beteiligen wollte, setzte sich so, dass den Gehern ihr Auslauf blieb und niemand zum Klo hinüberturnen musste, und Sorgenmehl benutzte das Wandstück zwischen den beiden Fenstern, als wäre es eine Schiefertafel. Er zog die Buchstaben langsam über die Wand, und weil er sie sorgfältig mitsprach, war es nach einer Weile, als schriebe er wirklich und mit sichtbaren Zeichen. Einmal dachte ich an Jadwiger Sirbs Griffelkasten, als ob der uns etwas genützt hätte, wo Tafel und Kreide nötig waren. Es ging wie bei allen diesen Kursen. Zuerst drängte sich beinahe jedermann dazu, und schon vor Mittag hatte ein größerer Teil zu den Kochrezepten und Kraft-durch-Freude-Fahrten und zum Ewigen haste den denn nicht gekannt, zurückgefunden. Dabei lief es ganz gut mit dem Reichsbahnrad. Er war ein Systematiker, und es machte ihm Spaß, den Kram, den er vor dem Unternehmen Seelöwe in sich aufgenommen hatte, an uns loszuwerden. Als mich ohne Hals aus der Zelle rief, konnte ich schon auf Englisch bis zwanzig zählen. Wenn einen der gekrümmte Schließerfinger gerufen hat, geht man schnell und schweigend ab, und schweigend entlässt einen die Kumpanei. Weiß sie, wohin man geht, und mit wem sie sich einließe, gäbe sie einem etwas auf den Weg? Wir gingen die vielen Gänge, schritten die vielen Schritte, stiegen die vielen Stiegen, bis wir im kleinen Vorhof waren, wo der soldatische Wächter stand, so gebürstet wie eh. Er sah mit Augen und Händen darauf, dass ich nichts vom Inventar aus dem Hause trüge, dann übergab er mich, gegen Quittung, an zwei Männer im verbreiteten Zivil dieser Zeit. Also interessenlosen Halbuniformen mit aufgebauschten rechten Jottentaschen, in denen ich keine Pfeifen bestecke, vermutete. Der eine zog eine stählerne Acht hervor, und mit der präzisen Eleganz, die vorzüglich polnischen Militärmenschen eigen ist, trat er auf mich zu, wobei er gleichzeitig das metallene Sperrinstrument aufklicken ließ und wollte ohne Zweifel meine Hände in diese Acht nun schlagen. Nur war da der Gips, für den er eine Fessel aus der Elefantenabteilung benötigt hätte. Er schien die Möglichkeit zu erwägen, mich und sich an je einem freien Handgelenk zu vereinigen, aber dann sagte er sich wohl, dass ich mit genügend mineralischem Ballast versehen sei, und wenn er wirklich so polnisch wie elegant und präzise war, dann hat ihn der Gedanke an irgendeiner Art Verbindung mit mir geniert. Er steckte die Schellen ein und klopfte so lange auf seine bauchige Joggentasche, bis er annehmen konnte, ich hätte den Hinweis verstanden und zutreffend ausgelegt. Bevor wir von dem bärtigen Torwart schieden, hatte der noch einige Fragen, und ich glaubte, er stellte sie in sehr skeptischem Ton, und einem Wort, das er mehrmals benutzte, gab er, was mich an diesem Soldaten doch wunderte, fast höhnischen Klang, und er zeigte dabei auf mein Gesicht und schüttelte gar sein militärisches Haupt dazu. Identifikacja, lautete das Wort, und ich dachte zweierlei. Polnisch, dachte ich, ist doch leichter als Englisch, denn wer erkennt in »he«, »she«, »it« schon, »dass er«, »sie«, »es« gemeint sind, wogegen man aber in dem Wort »Identifikatia« unschwer das Wort »Identifizierung« erkennt. Und ich dachte, da hat er recht, den Kopf zu schütteln, denn was ich auf dem Weg aus der Zelle in den Vorhof, in den dunklen Türscheiben, von meinem Gesicht hatte sehen können, ähnelte mir nicht sehr. »Mussten Sie mich ausgerechnet an einem Tag zur Identifizierung holen, da ich die glatten Züge einer sanitären Anlage trug? Wer sollte denn diesen Scheißhauskopf erkennen?« »Ja, wer sollte mich denn erkennen?« »Die Frau?« »Die schreiende Frau?« »Die hatte mich doch schon so laut erkannt, die würden Sie nicht noch einmal fragen müssen. Aber wenn Sie es doch täten, heute noch einmal, dann müsste die Frau, wenn sie bei ihrer Wahrheit geblieben war, sagen, nein, ich sei es doch nicht, denn ich war ja nicht bei meinem Gesicht geblieben. Dann käme ich noch in die Pflicht, Jan Beveren die zerdrückte Hand zu küssen, denn wenn er mir das Gesicht so zerdrückt hatte, dass die Frau nicht mehr bei ihren schrecklichen Worten blieb, dann würde er mir ja zur Freeheit verholfen haben und ganz zu Unrecht hätte ich ihm dann die Tulpengärtnerhand beschädigt. »Welche Möglichkeiten!« »Ich küsse einem Hauptscharfführer die knochige Hand.« »Welche Möglichkeiten!« »Sie haben die Gefährten meines Lebens zu meiner Identifizierung aufgetrieben.« Die warten nun, um im Chor zu schreien, »Da ist unser lieber Marc Niebuhr, ja!« »Ja«, sagen Geschwister Bruns und nicken behutsam mit den 80-jährigen Köpfen, »Das ist Marc Niebuhr, der für kurz unsere Hoffnung war.« Manchmal hat er mit dem Papier geaast, weil er so eine Lütje-Freundin hatte, die er bannig wilde Indianer-Geschichten aufgesetzt hat und sie war immer verschleppt und er hat sie immer gerettet, aber so ist er ganz anstellig gewesen und die meiste Zeit manierlich und, nee, das können wir ja nun bezeugen, dass er zu der Zeit, wo er in diesem Lublin ein Mörderer gewesen sein soll, noch mächtig mit der Gesellenprüfung zu tun hatte und wir haben uns gehögt, weil er, anstellig wie er war, Aufregung gar nicht nötig gehabt hat. Natürlich identifizieren wir den, wir werden ja wohl Marc Niebuhr kennen.« »Jawohl«, sagen der Briefträger und der Eisenbahner »und weil sie Beamter sind, treten auch sie wie Geschwister auf. Jawohl, das können wir auf unseren Dienst eitnehmen. Anfang Dezember ist er losgereist, drei Tage nach der Einberufung und man hat sich so seine Gedanken gemacht, weil doch der Vater und der Bruder schon draußen geblieben waren und nun fuhr der Dritte los, diesmal aber nach Osten. Und wir haben noch geredet und gesagt »Na, Kolberg, wenn das mal gut geht« und »Lublin, nein, das war ja längst aufgegeben.« »Zu Befehl wird mein pommerscher Hauptmann sagen und er wird es mit Klammer Stimme tun.« »Zu Befehl und ganz recht, der Junge kam gegen Weihnachten in meine Kompanie.« »Näher kennengelernt?« »Nein, näher kennengelernt habe ich ihn nicht, obwohl ich mich immer um persönlichen Kontakt zu meinen Leuten bemühte.« »Aber es kam ja dann diese Härteübung und bei Tonningen, bitte um Verzeihung, bei Kodawa, wie es heute heißt, habe ich ihn in einer Nacht aus den Augen verloren. Muss der 12. oder 13. Januar gewesen sein. Es ging damals alles rasend schnell. Aber dass er im Kriege nicht in Lublin war, jedenfalls nicht als Soldat, dafür kann ich mich verbürgen.« »Tak jest«, wird der polnische Bauer sagen, »unter meinem Bett haben wir ihn hervorgeholt. Es war schon gegen Ende Januar.« »Bedrohlich?« »Nein, bedrohlich war er eigentlich nicht. Hungrig war er und müde, aber bedrohlich kaum, obwohl man bei denen natürlich nicht weiß, welchhalb ich ihn auch zuerst einmal entwaffnet habe.« Und die Bauersfrauen aus dem Dorf werden rufen, »Bedrohlich der?« »Der war doch ein Künstler. Sarah Leander hat er gekannt und Marika Röck. Wie soll denn so einer bedrohlich sein und auch noch mit solchen Füßen?« Der russische Leutnant findet sich ein, der Kleine mit dem riesigen Stock und weil er zum MWD gehört, hat er ein blendendes Gedächtnis und er sagt, »Mit dem jungen Fritz hat er nur Scherereien gehabt.« Einmal haben ihn die anderen andauernd mit dem Namen »Jesus Kindlein« gehänselt und weil es einen Befehl gab, die Achtung der religiösen Gefühle betreffend, hat er die Augen auf diesem Jugendlichen Karl-Heinz behalten. und kein Gedanke, dass der inzwischen auf kurz nach Lublin entwichen wäre, um dort einen Mord zu begehen. Da hatte man seine Befehle. Sie alle werden mich identifizieren. Die junge Frau Fehmlin wird es etwas verschämt tun, aber sagen wird sie doch, sie hat schon gemerkt, wer es immer so einzurichten wusste, dass er beim Bäcker hinter ihr in die Reihe kam, um ihr dann seinen warmen Atem in den Haarknoten zu pusten. Und weil sie, es soll hier ja Offenheit sein bei Gericht, einmal etwas gedacht hat, was sie aber doch nicht sagen möchte, hat sie auch etwas anderes gedacht und das sagt sie, weil es für die Identifizierung wichtig ist. Sie hat gedacht, sie soll sich wegen bestimmter Gedanken schämen, wo ihr Mann, der übrigens die beiden eisernen Kreuze hatte, im Brückenkopf bei Baranov war. Und sie weiß, dass er vorher in Lublin war. Aber das ist schon lange vorbei gewesen, als Mark Niebuhr anfing, ihr beim Bäcker in den Nacken zu pusten. Es hilft nichts, die Rektorstochter rückt mit dem Hühnerfutter und der kalten Mühle heraus, weil es der Identifizierung dient. Und Imme Elbeck lässt sich nicht hindern, mich zu identifizieren, obwohl sie einräumen muss, dass es meistens bei Verdunklung war. Sie ist, sagt sie, mit der Erlaubnis des hohen Gerichts sogar bereit, mich bei Verdunklung zu identifizieren. Die müsste doch herzustellen sein unter diesem Dach und man könnte ja eine Reihe von Herren nebeneinander reihen, Bekannte und Unbekannte und mich und auch Ursus Bär vielleicht. Und ich denke, jetzt seift die das Gericht noch ein, denn das kann das Gericht ja nicht wissen, dass man Ursus Bär und mich auch bei tiefster Verdunklung auseinanderhalten kann. Man braucht nur den zu nehmen, der keine zwei narbige Löcher in den Arschbacken hat und schon bin ich identifiziert. Fangt nur an, denke ich, mit eurer Identifikatsia. Trotz Schwellarm und Gipsgesicht müssen mich die Leute von anderen Leuten zu unterscheiden wissen. Da braucht man nicht einmal nähere Bekanntschaft. Onkel Johnny zum Beispiel oder Tante Ritter oder meine Mutter. Onkel Johnny würde dem Gericht vorschlagen, Man sollte mich fragen, woher nach meiner Ansicht der menschliche Glaube käme. Und nach meinem Spruch, dass Glaubenssachen Lagenssachen sind, würden Onkel Johnny und ich den Gerichtssaal verlassen und wir würden uns betüdern. Onkel Johnny wußte immer, wie man das anstellte, auch in schlechtesten Kriegs- und Friedenszeiten. Tante Ritter würde nur an mir riechen und weil mir für all mein Leben der Rauch der runden Juno eingebeizt ist, wird sie mich bei meinem Namen preisen und als den Re-Identifikator von Kreuzwort rätseln, die von einem schlechten Ehegatten zerstört worden waren. Meine Mutter wird nur sagen, ich habe doch gesagt, dass du noch mal in der Lage kommst und wie du wieder aussiehst und hast du denn schon gegessen? Ich glaube, meine Herren Richter, man hat mich jetzt hinreichend identifiziert und wenn sie sich schon nicht entschließen können, mich gleich nach Hause zu entlassen, dann stellen sie mich doch bitte wieder dort auf das Gleis, wo ich so sehr aus dem Gleis geraten bin. Bringen sie mich wieder nach Praga zurück, über die Weichsel nach der Vorstadt Praga und fort von dieser Grube hier. Es sah zunächst ganz so aus, als hätten meine beiden Begleiter, die mit den bauchigen Joppen-Taschen, genau dieses Fahrtziel in ihrem Plan. Denn sie stiegen mit mir in einen amerikanischen Jeep mit Regendach und es ging in die Richtung, aus der ich einmal gekommen war. Als der eine Wächter mein Interesse an den Wegen bemerkte, wusste er doch noch etwas mit seiner Acht anzufangen. Er schloss mich so in einer Ecke des Fahrzeugs fest, dass ich den Kopf weit über die Schulter hätte drehen müssen, um zum Heck hinaus zu sehen. Die Aufpasser passten aber nun nicht weiter auf mich auf. Sie unterhielten sich gleichmütig und fröhlich, sie schienen schon lange miteinander bekannt zu sein und fuhren wie ich, waren ihnen bestimmt nichts Neues. Ich gab es bald auf, mir unsere Route zu denken. Ich kannte sie viel zu wenig. Ich hatte damals nicht sehr auf sie geachtet und war sie gegangen, wie Hänsel und Gretel, als sie noch arglos waren, gegangen sind, weder mit Brot noch mit Kieseln in den Taschen. Die Kiesel hatten uns andere gestreut, doch diesmal wussten sie nicht, wer in einem amerikanischen Planwagen an ihnen vorüberfuhr, dem Fahrzeug durch einen stählernen Doppelreif verbunden und stählernen Reifen nicht nur ums Handgelenk. Ach, wie gut, daß ihr nicht wisst, wer in diesem Rollstuhl ist. Es war bestimmt ganz gut, denn immer wieder kam die Fahrt zu Halt und immer wieder ließ sich der Fahrer in schimpfendem Ton mit Leuten ein und wie leicht konnte einem der Ton nicht gefallen und wie schnell holten sie dann den Kutscher vom Bock und räumten, wenn sie nun einmal beim Räumen waren, auch gleich den restlichen Inhalt des Karrens mit aus. Und seht mal, Jungens, hier hat sich einer das Wägelchen ans Handgelenk gebunden, hat wohl Angst, es könnte ihm gestohlen werden. Was ist los, Kumpel, warum halten sie dich so verpackt? Deiner demolierten Fresse nachzuurteilen, hast du wieder eine von diesen Schlägereien gehabt, von denen man heute so häufig hört. Und weißt du, die Öffentlichkeit ist da geteilter Meinung. Die einen sagen, recht so, wo der Krieg zu Ende ist, muss wieder eine Ordnung her. Und die anderen sagen, von Ordnung hatten wir genug, jetzt wollen wir von der Leine. Du, Kumpel, du hast Glück, wir sind von der zweiten Abteilung der Öffentlichkeit. Wir finden, ein polnischer Kumpel gehört nicht an ein amerikanisches Auto geschlossen. Welcher deiner Reisegefährten hat denn den Schlüssel? Und spätestens dann werden meine Reisegefährten sagen, dass ich kein polnischer Kumpel bin, sondern ein Niemetz, der zur Identifikatsia soll, weil er ein Mordarkar ist. Was werden sie machen, die mich eben noch befreien wollten? Werden sie, wo sie nun schon angelaufen sind, auch springen wollen? Werden sie mir wenigstens ein paar Falten in meine allzu vergletterten Züge drücken wollen? Werden sie die Plane vom Wagenzerren und Zielwurf auf mich machen, Bomben auf Aduar, Bomben auf Warschawa, Bomben auf Nibur, den angeschmiedeten Zellenältesten, Bomben so lange, bis es keine Identifikatsia mehr gibt? Werden sie das Auto den Steilhang hinunterwerfen, der doch bald kommen muss, wenn wir auf der Route nach Praga sind? Werden sie den Willis Jeep zur Weichsel hinunterschleudern und der Acht nicht achten, die mich mit dem Allrad getriebenen Fahrzeug verbindet? Eine Identifizierung, das unter den Trümmern des am Weichselufer aufgefundenen militärischen Personenkraftwagens ausländischer Herkunft liegenden männlichen Leichnams konnte in Folge des Allgemeinen und besonders auch des physiognomischen Zustands des Letzteren trotz intensiver polizeilicher Bemühungen noch nicht erfolgen. Zeugen des Vorfalls, bei dem augenscheinlich das oben beschriebene Fahrzeug aus seiner Bahn geraten ist, werden gebeten, zweckdienliche Angaben zu machen. Insbesondere wünscht die mit der Untersuchung des Zwischenfalls beauftragter Behörde in Erfahrung zu bringen erstens, in welcher Arztpraxis oder Klinik wurde in den letzten Tagen eine Fraktur des linken Unterarmes einer männlichen Person mit einem Gipsverband versorgt und zweitens, bei welcher für gewöhnlich mit solchen Gerätschaften ausgestatteten behördlichen Einrichtung, zum Beispiel Polizeistation, wird ein paar Handfesseln der Firma Gerlach, sogenannte Acht, als abgängig verzeichnet. Zweckdienliche Angaben interessieren keinen, außer Marc Nieburs Mutter. Man muss der Frau schließlich sagen, dass ihr Sohn nun endgültig in der Lage ist, dass sie nichts weiter wartet, wenn Sonntag ist, und sie denkt, einer von den dreien könnte ja noch kommen. Du, Niebuhr, sagte ich zu mir, es wird ihr aber auch nichts helfen, wenn du kommst und hast einen weg. Dann wäre sie auf Dauer besser dran, sie könnte sich drei Gräber denken, zwei im Westen und eines im Osten. Besser als wenn du mit Gipsaugen zurückkämest und einem eingedrückten Verstand wäre das schon. Das hat dir nicht verdient, dass du da rumsabberst und willst dein Schaukelpferd, dass du den Kornbleichen Falben nennst. Oder du bist ihr Zellenältester und lässt sie immer antreten, dass die Kinder in der Straße eine Freude haben. Oder du sitzt ihr dein restlich Lebtag auf dem Arm und weinst ihr ins Haar. Das hat deine Mutter nicht verdient, Mark Niebuhr. Lagenssachen müssen auch Verhaltenssachen werden, Mark Niebuhr. Nun los, nun nimm mal die Gäule in den Zaum, die Falben und die Schaukelpferde. Mach es so, wie du es immer gemacht hast, wenn du gut warst. Sieh hin und denke nach. Zähle die Welt und erzähle dir nicht so viel von deinem Tüdelkram. Denk nach und nicht so viel vor. Die wollen dich jetzt identifizieren. Am besten du fängst auch selber mal damit an. Der Wagen hielt wieder einmal und wieder einmal hupte der Fahrer, aber diesmal gab er nur drei scharfe Schläge mit dem Horn und er schimpfte nicht dazu. Eine schwere Tür, ein Tor wurde geöffnet und ich dachte, dass ich es nun schon allzu lange und ausschließlich mit schweren Türen zu tun hatte und nach einem amtlich klingenden Wortwechsel Wie wir diesmal hielten, schien es für länger zu sein, denn ich wurde vom Wagengestänge geschlossen und aus dem niedrigen Karren geschoben. Wenn man etwas länger in einem Gefängnis gewesen ist, kommt einem der Vorhof eines Barackenlagers wie eine Parkanlage vor. Falls mich die Erinnerung nicht trügt, sah ich sogar Tulpenrabatten. Vor allem aber sah ich mehrere polnisch uniformierte Menschen. Einer war von den vielen müden Leutnants einer und ich war zufrieden, als es mir gelang, ihm nicht zuzunicken. Ein anderes Verhalten hätte sich zu meiner Lage nicht geschickt. Ich weiß nicht, was in die Leute gefahren war. Sie wiesen auf eine Bank, die in der Sonne stand, und wiesen mich an, ich sollte mich setzen. Wohl, sie hatten sehr lange etwas miteinander zu bereden, zuerst noch auf dem Hof und dann in einer der Baracken, in der sie für gut zwei Stunden verschwanden. Aber deshalb, einen wie mich zum Sitzen aufzufordern, das war neu. Ich saß in der Sonne, ungefesselt und etwas müde und übte mich in der Kunst, mir nichts vorzudenken. Vor mir, zwanzig Meter von mir entfernt, sehe ich die Stirnwand einer langen Baracke. An der linken Seite der Tür sind mit neuen Farben der weiße Adler im roten Feld und eine unentzieferbare Inschrift aufgetragen. An der rechten Barackenwand zieht sich ein langes Beet hin, das sich schon als Tulpenrabatte zu erkennen glaubte. Aber das kann zu den alten Einbildungen gehören und es gelten jetzt nur noch die neuen Eindrücke. Auf der linken Seite der Baracke, vielleicht zwei Meter von ihr entfernt, höchstens zweieinhalb, verläuft eine hohe, verputzte Mauer. Sie endet im rechten Winkel an einer anderen, die noch etwas höher ist. Vor der ist ein Zaun aus kräftigem Draht verspannt. Die höhere Mauer, die dort hinten, hat einen Aufsatz aus drei dünnen Drähten und an den Porzellan Isolatoren erkennt man, dass es sich um stromführende Teile handelt. Über den dünnen Drähten ist nur noch der Himmel. Man sieht keinen First und keinen Baum, man sieht ein paar Wolken und nicht einmal ein Vogel ist zu sehen. Dreißig Schritt rechts von der Baracke, in die meine Begleiter gegangen sind und parallel zu ihr steht ein Gebäude, das sich wie ein seitenverkehrter Zwilling vom anderen ausnimmt. Das Blumenbeet verläuft an seiner linken Front und die niedrigere Mauer zieht sich zu seiner rechten gegen die höhere hin und an der Tür fehlt der Amtsadler. Man kann den Hof, in dem die beiden Baracken stehen und meine Bank und der amerikanische Jeep durch, wie es scheint, drei Türen verlassen. Je eine in den beiden niedrigeren Mauern rechts und links und dann durch die eine, durch die ich gekommen bin. Ein schweres Tor, an dem ein Posten regelt. Hin und wieder sagt er etwas zu dem Fahrer des Jeeps, der unter die Motorhaupe gekrochen ist. Und der Fahrer antwortet, wie Fahrer es tun, wenn sie mit ihren Motoren beschäftigt sind. Zweimal kommen mehrere Männer durch die Tür in der rechten Mauer in den Hof und verlassen den Hof durch die Tür in der linken Mauer. Sie haben Besen und Schaufeln und sie sind in die Reste von Uniformen gekleidet, die man einmal in meiner Armee getragen hat. Sie scheinen ganz guter Dinge, sie sehen zu mir hin, aber sie rufen mir nichts zu. Ich rufe ihnen Ich übe an den vielen Fragen vorbeizukommen, wo ich hier bin und warum hier kein Vogel singt und warum es so ist, als ob es zwischen Mauerrand und Himmel nichts mehr gebe. Bestimmt saß ich schon länger als zwei Stunden auf der Bank, ehe die Uniformierten und meine beiden Halbuniformierten wiederkamen. Sie sind so geschäftig herausgekommen, wie Leute geschäftig sind, die sich nach langer Beratung etwas Wichtiges vorgenommen haben. Ein paar von ihnen sind durch die linke Mauer den Leuten mit den Besen und Schaufeln nach, der müde Leutnant hat sich zu mir auf die Bank gesetzt und meine beiden Begleiter, die übrigens jetzt nicht mehr so bauchige Joppentaschen hatten, haben sich mit dem Fahrer unterhalten, der immer noch den Motor beschimpfte und sie haben ihm besorgt zugehört. Hinter der linken Mauer hat es ein Gepfeife und Gerufe gegeben und dann war es als ob 2000 Paar Holzpantoffeln über steiniges Pflaster dröhnten und ich dachte, komm Nibur, brauchst du schon wieder 2000 Paar? Nach wenigen Minuten ist die Tür in der Mauer aufgegangen und einer der Uniformierten hat uns zugewinkt und obwohl ich mir solche Zutaten eigentlich verboten hatte, dachte ich doch, er hat eine Überraschung und er ist stolz darauf. Vielleicht hat er wirklich 2000 Paar Holzpantoffeln und ich darf mir eines aussuchen. Kommen Sie, sagte der Leutnant zu mir, Sie sprechen nichts und Sie geben kein Zeichen. Man wird sie ansehen und sie werden nicht wegsehen und sie werden schweigen. Der Tempo bestimme ich. Er winkte mir und ging zur Tür. Ich folgte ihm und meine Begleiter folgten mir. Hinter der Mauertür begann eine Lagerstraße und sie war tatsächlich mit großen Steinen gepflastert und auf den Pflastersteinen standen Holzpantoffel mindestens 2000 Paar. Aber ein jedes hatte schon seinen Besitzer und die standen in Dreier reihen und drehten mir die Holz gesicht dazu die Gefangene machen wenn sie nicht wissen woran sie mit einer Sache sind. Der Leutnant gab ein müdes Tempo vor. So hatte jeder Eines hatte der Leutnant erlassen und das andere ich und ein weiteres Gebot das ich mir gegeben hatte befahl mir hinzusehen auf das was ich sah hinzusehen zu denen die mich ansahen mir anzusehen wie die einen ansehen und vor allem zu sehen ob ich nicht einen von denen schon gesehen hätte sie betrachteten mich wie Leute die sich mit nichts mehr einzulassen gedenken und die wissen was ihnen gerade vorgeführt wird ist etwas womit man sich nun ganz bestimmt nicht einlassen sollte ein Kerl der mit aufmerksamer Begleitung kommt und dessentwegen 2000 Mann von den Britzen müssen ein Bursche dem wer den Arm gebrochen zu haben scheint und die Fresse poliert eine Figur derentwegen man sich augenscheinlich geheim polizeiliche Umstände macht und das in dieser Stadt und das in diesem Land und das in dieser Zeit nein tut mir leid den kenne ich nicht das heißt es tut mir wahrhaftig nicht ein bisschen leid es dauert bis man in müdem Tempo an und es dauert vor allem dann wenn die träg ablaufende Musterung durch keine aufsehen erregende Erkennungsszene unterbrochen wird mich kannte keiner und schon nach ein paar hundert Mann liefen die Gesichter im Spalier für mich so unterscheidbar ineinander als wäre ich zu ersten Besuch bei einem entlegenen Völkerstamm Identificatia negativna sagte der eine meiner rückwärtigen Begleiter zum anderen wie wir den Völkerstamm hinter uns hatten und ich wollte schon wieder denken polnisch sei in der Tat viel leichter als das englische als der Leutnant die beiden halbzivilen so scharf und so wach und mit so unverständlichen Lauten anfuhr anfuhr dass ich diesen gedanken nicht weiter verfolgte ein mensch in recht intakter grauer uniform brüllte in einer tonlage die ich von kolberg und genesen kannte durchsagen wer den vorgeführten kennt drei schritte vor die front marsch marsch sie sagten es durch und ich kannte auch das von genesen und kolberg sie schrien es von zug zu zug ein lange nicht und nur langsam schwächer verhallendes echo aber und das unterschied sich doch von kolberg und genesen und quodawa und auch von marne es rührte sich nichts obgleich es doch eben in klarstem deutsch marsch geheißen hatte jetzt gehen sie sagte der leutnant zu mir jetzt sehen sie und wenn sie eine von ihre kameraden kennen sprechen sie und geben zeichen der tempo bestimmen sie zuerst dachte ich so haben wir aber nicht gewettet ich bin hier dass mich einer von denen erkennt aber doch nicht dass ich einen von denen erkenne wer weiß was sie mit einem machen gegen den ich den Finger erhebe vielleicht geben sie ihm vier Posten und einen Postenführer an die Seiten und lassen ihn durch Warschau gehen und wer weiß eines Tages wenn der Schließer ohne Hals Dienst macht und in Laune ist bringt er ihn in meine Zelle und sagt der ist mein Ältester fortan dann dachte ich Nibur willst du wohl freundlich das spinnen lassen es war der Vorsatz nachzudenken und nicht so viel und so kraus voraus also klar nicht wahr wenn du einen kennst sagst du kennst ihn wenn einer von den Fachleuten dabei ist mit denen du nach Praga gekommen bist dann benennst du ihn wenigstens einen Teil deiner Geschichte werden sie dann glauben müssen dann dachte ich aber vielleicht hat dich keiner kennen wollen weil jeder denkt er reißt dich in etwas hinein wenn er dich kennt vielleicht ist es hier mit dem erkennen wie es beim barras mit dem freiwillig melden war keiner macht das mehr weil schon lange nichts Gutes dabei heraus kam dann dachte ich gut aber wenn einer aus marne dabei ist oder aus mehldorf einer der wissen muss wann erst ich zu den soldaten gekommen bin den darf ich nennen ich darf jeden melden der bezeugen kann dass ich nie in Lublin war und dass ich nie ein Mörder war so ging ich denn die 2000 grauen Männer zurück und sah sie alle an und sah auch ein paar Gesichter von denen ich glaubte sie seien einmal unter den 280 Gesichtern gewesen aber ich glaubte es nur und wusste es nicht aber ich wusste dass ich in meiner Lage nur war weil sich eine Frau zu sehr auf ihren Glauben verlassen hatte und dann sah ich den Fuhrmann Erich aus Pirna an der Sächsischen Elbe Transporttechniker hatte er sich genannt um unter die Fachleute zu kommen und ich hatte seit dem Lazarett nichts mehr mit ihm zu schaffen weil er mir dort zu sehr mit den schlimmsten Räubern gegangen war da stand der Filmerzähler Erich und konnte nun einmal von einem wirklichen Leben erzählen konnte sagen doch spätestens seit Februar vorigen Jahres ist mir dieser junge Mensch bekannt ich erinnere mich weil er ein ideales Publikum war begeistert naiv nicht besserwisserisch und doch nicht ohne Kenntnisse er war der einzige glaube ich der den Fuchs von Glenarvon gesehen hatte und ich meine er mochte die Heidemarie Hattaya nicht aber sonst ein begeisterter Kinogänger er hatte es besonders mit einem Film den ich selber aus Gründen einer Wehrdienstübung nicht habe sehen können er hat ihn an meiner Stadt erzählt gar nicht schlecht Kameraden auf See hieß der Film doch meine Herren ich kenne diesen Kameraden aber der Fuhrmann Erich sagte nichts und gab auch nicht zu erkennen daß er eigentlich etwas zu sagen hätte er sah mich nicht weniger holzig an als die anderen es taten und wie man diese leeren Augen sah hätte man nicht glauben mögen daß sie den Tiger von Eschnapur gesehen hatten und Dr. Krippen an Bord und Serjean Berry und Sarah Leander wie sie nur nicht aus Liebe weinen sang und dem gleichgültig verschlossenen Mund sah man nicht an daß er wie Grete Weiser quatschen konnte und knödeln wie Johannes Hesters und knurren wie Heinrich George man sah dem Transporttechniker Erich nicht an daß er einmal ein Meister der Erzähltechnik gewesen war und ich dachte so ein Schwein und dann dachte ich aber nein er kann mich nicht erkennen wo der Gärtner mir das Gesicht zu einem Schweinekopf zurecht gestoßen hat und in diesem Augenblick merkte ich daß mein Kamerad Erich mich doch kannte es war wirklich nur ein Augenblick ein schneller Blick seiner Augen der mir sein Erkennen zeigte aber erst jetzt zeigte sich ganz was für ein Meister der Erzähltechnik mein Erich wirklich war denn mit einem einzigen Brauenruck erzählte er mir daß es doch scheiße wäre wenn ich ihn in meine Geschichte zöge Mensch sagte er mit diesem schnellen Muskelzug und war dringlich dabei wie gegen Ende dramatischer Kinostücke Mensch lass mich aus wer sollte denn davon gewinnen ich weiß nicht was sie gegen dich haben so wie du aussiehst ist es viel aber es wird nicht weniger wenn du mir davon zuteilst ich bin doch nur als Fachmann von Puvavi fort weil es Zeit war wegen einer Geschichte einem Geschäft mit Zivilpersonen ist ja vorbei wenn du mich aber einbeziehst in deine Sache ziehen sie womöglich meine Sache wieder vor lass mich da aus ich habe Familie und wenn du mal nach Pirna kommst erzählen wir uns Kino noch und noch und erzählen uns auch die Geschichte wie ich dich an mir vorbeigehen sehe aber natürlich kenne ich dich nicht und dann gehst du an mir vorbei und natürlich kennst auch du mich nicht und der Pole latscht dämlich neben dir und ich denke was die mit dem jungen machen und ich denke es ist wie in dem Film mit Ewald Balser wo der eine den anderen an den Franzmann verraten sollte und keiner hat es getan vielleicht stammte der Hinweis auf Ewald Balser schon nicht mehr vom Filmeerzähler Erich denn Ewald Balser ist kurz vor meiner Soldatenzeit mein Lieblings Schauspieler gewesen wegen dem und wegen der Art in der er einen Hut aufsetzte habe ich mir einen Hut gekauft und vielleicht eher wegen Ewald Balser als wegen dem Fuhrunternehmer Erich habe ich meinen Kameraden der mich nicht erkennen wollte auch nicht erkannt es war nicht leicht und ich habe mich an den Vorsatz erinnern müssen nur welche aus Marne und dem größeren Dietmarschen zu erkennen weil ja nur die mir helfen konnten und ein paar Schritte lang bildete ich mir auf meine Treue etwas ein und hätte auch nicht gepfiffen so haben wir die Front der 2000 hinter uns gelassen der Leutnant hat sich an die Spitze unseres kleinen Zuges gesetzt und wieder ein schnelleres Tempo vorgelegt und die beiden halbzivilen Begleiter hatte er wohl so eingeschüchtert dass sie sich nicht noch einmal bekannt zu geben trauten die Identifizierung sei negativ verlaufen an der Mauer über der Tür durch die wir gekommen waren stand in großen Lettern ein polnischer Spruch und weil ich mir nicht denken konnte dass sie an solche Mauern etwas schrieben was nichts zu besagen hätte und weil ich sehr wissen wollte was an einer Mauer stand durch die ich zwecks Identifizierung hin und her geschritten war prägte ich mir das Wort Gebilde ein trug es auf die Schiefertafel in meinem Kopf nahm eine längliche Zeichnung ein verschlungenes Bild ich weiß inzwischen was er bedeutete und wie er ausgesprochen werden musste aber wie ich durch die Tür in den Innenhof zurückgekehrt bin kannte ich nur die äußerste Erscheinungsform des Spruches und schon deshalb habe ich mir länger keine Gedanken über ihn gemacht der Fahrer hatte inzwischen den Jeep weitgehend auseinander genommen und verschmiert und wütend wie er war schien er meine Begleitung wissen zu lassen es interessiere ihn nicht wie wir nun wieder nach Hause kämen die beiden Halbzivilen ließen sich eine Weile auf einen nutzlosen Zank mit ihm ein dann holten sie etwas aus der Baracke das ihnen wieder die Joppentaschen beulte und der mit der Acht sah sich verbittert nach einem Gestänge um an das er mich schließen könnte und er steckte die Fessel erst wieder ein als der nun wieder sehr müde Leutnant ihm gesagt zu haben schien sie seien schließlich zu dritt und wohin ich wohl in diesem Aufzug laufen sollte der hat sich auch für den Rückweg auf den Jeep verlassen dachte ich und weil ihm die Schultern so hingen fragte ich einen Bekannten gesehen ganz sicher sei ich zwar nicht denn es konnte ebenso gut ein Gesicht sein das mir nur vertraut schien weil mir ein ähnliches aus einem Film in Erinnerung war und ob wir die Identifikatia nicht wiederholen könnten ich habe mich wieder zur Ordnung gerufen streng und doch mit Nachsicht denn schließlich hatte ich zweimal 2000 Gesichter hinter mir und unter diesen ein ganz Besonderes und ich hatte einen Sieg hinter mir einen Ewald Balser oder Volker der Spielmann Sieg da war ein kleiner männlicher Scherz doch erlaubt nein nun ohne langes Gerede fort von diesem Kinoort mit den Drähten auf den Mauern fort aus dieser Brackenebene und stadtwärts zu den Menschen hin öffnet mir das Tor ich will sehen was da draußen unter euren Wolken ist es war aber da draußen unter den Wolken vor dem Tor ein Bild das keiner glauben kann und hätte er es noch und noch gesehen es war da die Gobi aus Stadtgeröll ein Nordmeer war da aus zerhauenem Stein kieselig ausgespiehenes bedeckte die Erde weit über weit ein Ungeheuer hatte Wände und Dächer und Fürste und Träger und Röhren verschlungen und hatte das Zermalmte das Unverdaute von sich gewirkt hatte die Welt gefressen und hatte sie in Warschau wieder ausgekotzt die lange Lagermauer in unserem Rücken war die einzige Mauer die hier noch stand nicht eine Wand war da die niederzulegen man mich hätte heißen können hier waren schon alle Wände niedergelegt staubiges Falten Gebirge zog sich von Seite zu Seite chaotischer Atlas war nach vorn bis in die tiefe Ferne gesprengt und wie um dem Auge zu versichern dass es wahrlich säe was es ungläubig zu sehen meinte um ihm einen Richtpunkt zu geben einen Halt einen Anhalt für die Tiefe der aufgewühlten Halden See einen Fingerzeig auf das Ausmaß der zermalmten Welt stand fern in all dem zerschrotteten Gestein ein unversehrter Kirchenbau stand sehr verlassen da sehr übrig gelassen mit Bedacht war ein Gotteshaus auf das der Teufel die Sicht freigelegt hatte ich habe sehr hingesehen 21 Ja sagte der Leutnant das habt ihr gründlich gemacht vielleicht damit wir nicht enttäuscht sind wir haben in der Schule gelernt die Deutschen sind gründlich und genau wenn es heißt man muss den Ghetto zerstören und in den Ghetto ist eine katholische Kirche zerstört man den Ghetto und lässt katholische Kirche stehen was erzähle ich ihnen man wird ihnen gesagt haben davon hat mir keiner etwas gesagt hat man nicht hat man nicht im Radio zuerst Musik gemacht und dann gemeldet unsere Helden haben den großen Teil von einer großen Stadt kaputt gemacht hat man euch doch gemeldet mit Musik wir haben große Schiffe versenkt warum hat man nicht gemeldet wir haben große Stadt versenkt vielleicht ist es auch gemeldet worden ich weiß nicht mehr das ist etwas anderes sagte der Leutnant vielleicht haben sie es nur vergessen man hat so viele Städte versenkt sie können nicht allen Städten behalten vielleicht war Warschawa dabei oder Teheran sie wissen nicht sie haben nur einen Kopf und es sind andauernd diese Meldungen gekommen nicht wahr ich wollte ihm erklären daß ich mich jenseits einer unbestimmten altersgrenze also diesseits von ihr nicht mehr besonders für den Krieg interessiert hatte er dauerte einfach zu lange er sind sind die Nachbars Väter eines Tages eben wieder in Vitebsk und man weiß kaum noch daß man damals vor und Zeiten als sie zum ersten Mal in Vitebsk waren eine Nadel in die Karte von Russland gesteckt hatte eine von vielen ich habe wollte ich in meiner Torheit zum Leutnant sagen seither sogar die Karte von Russland irgendwo hin verkramt aber der Leutnant kümmerte sich im Augenblick nicht um mich er und meine Begleiter schienen sich über den Weg nicht einig zu sein und über den Umgang mit mir schienen sie sich auch nicht einig zu sein aber der Rang älteste setzte sich durch die beiden blieben einige Meter hinter uns und nachdem ihnen der Leutnant mehrmals etwas forderndes zugerufen hatte unterhielten sie sich laut miteinander so laut wie bei der Heerfahrt Sie bekommen jetzt Instruktion sagte der Leutnant zu mir hören sie bis in die Rakowiecka sind das ungefähr sechs sieben Kilometer ich sage ungefähr weil man nicht weiß manchmal ist eine Straße zu manchmal ist ein Umweg gut weil dort sie öffnen gerade ein Loch und holen viel totes Mensch heraus erste zwei Kilometer sehen so aus wie hier dann wird es besser hier kann man nicht erkennen was kaputt ist dort kann man erkennen was kaputt ist aber wenn man sieht man führt sie wird man überall denken sie sind der was alles kaputt gemacht hat aber mein Beruf und von die beiden Kameraden ist wir müssen sie abgeben in Rakowiecka nicht kaputt also wir spielen etwas hier gehen zwei Menschen da gehen zwei Menschen kommen andere Menschen ich werde Polnisch zu ihnen sprechen der thema wird etwas langweiliges sein damit sich keiner interessiert ich werde von meiner tante sprechen sie hören zu und hören so zu dass man sieht sie verstehen charada sagt man charada charade glaube ich ich habe es noch nie gesagt aber ich habe es gelesen ja charade gut machen wir charade ich zeige einem freund die stadt und erzähle von tante haben sie schon so lustige charade gespielt ich schüttelte den kopf und er sagte sprechen sie nur wenn niemand in der nähe sprechen sie nur es ist ja wenige leute in der nähe also sie haben noch nicht gespielt so lustige charade so lustige noch nicht müssen wir beide lernen ich fange an schau einmal lieber lieber Marek sind wir nun in ghettostadt das rest davon man kann es nicht glauben dass es ein rest ist von einer stadt aber bei ein karton voll asche kann man auch nicht glauben es ist ein rest von einem mensch wir befinden uns auf gesia straße es sieht nicht aus wie eine straße es sieht aus wie ziegenweg in hohe tatra aber es ist gesia straße sagt man es ziegenweg ziegenpfad vielleicht ziegenpfad sehr gut gesia straße heißt ganze gänse straße und wir gehen richtung schmosha straße haben sie hast du gehört von gesia und schmosha nein aber vielleicht von milastraße oder von pavia mila ist auf der anderen seite von dieser mauer auf der anderen seite von dem lager wo leider kein bekannter von ihnen war und pavia wir kommen gleich über pavia der gefängnis pavia haben sie gehört von dem hast du gehört von dem der hat seinen namen von pavia straße ich habe alle diese namen noch nie gehört das ist seltsam ich habe gedacht man hat musik gemacht in euer radio und dann hat einer gesprochen das obere kommando gibt bekannt wir haben heute versenkt die milastraße das obere kommando gibt bekannt wir haben versenkt smoschastraße wir haben versenkt pavia straße wir haben versenkt zahmenhof straße aber sie haben gehört von zahmenhof ludwig nein aber sie haben gehört von esperanto die künstliche sprache ja habe ich gehört weil mein vater und mein onkel kannst du ruhig weiter reden weil der traktor fahrer nicht versteht er sieht dich reden aber er hört nicht reden er denkt du sprichst polnisch kannst du auch deutsch reden oder esperanto er hört nicht aber ich hatte gar nicht an den traktor fahrer gedacht ich hatte nur gedacht warum wußte ich nicht daß es unmöglich sei hier von meinem vater und onkel johnny und ihrem esperanto streit zu reden diese charade ging über mein vermögen ich hätte eine staubfarbene eidechse sein wollen und mich in der deckung von mörtel krumen und bemosten tür splittern über die gesia straße und die smoscha straße und all die vielen straßen bis hinter die schützende rote mauer in der rakowiecka flüchten mögen ich konnte doch hier nicht wie unter vettern über esperanto reden hier wo drei männer mit gebeulten jackentaschen und dienst ausweisen meinetwegen charade spielten und sich voneinander trennten meinetwegen damit mich niemand für einen eskortierten hielte und sie für meine eskorte damit niemand denken könnte da bringen sie den der die mila straße versenkt hat und die gesia straße aber der leutnant sagte du wolltest von deinem vater und deinem onkel erzählen und von zahmenhof nein von zahmenhof weiß ich nichts das ist der der sich ausgedacht hat esperanto ein augenarzt ein polnischer das weiß ich nicht das haben mein vater und mein onkel wohl auch nicht gewusst mein vater hat gesagt esperanto wäre gut wenn man einmal nach frankreich käme oder italien und überhaupt wäre es gut weil sich die menschen näher kämen wenn es nur eine sprache gäbe und mein onkel hat gesagt wann kommst du schon nach frankreich unser eins ist zuletzt und der kaiser wilhelm nach frankreich gekommen und mein vater hat gesagt dass herr schloder das war der chef von der getreidefirma wo mein vater gearbeitet hat der lernt auch esperanto ja hat onkel johnny gesagt der kommt vielleicht auch nach frankreich aber es leuchtete ihm ein hat mein onkel gesagt dass mein vater und herr schloder sich mächtig näher kommen würden wenn herr schloder freitags beim lohn zahlen wenn er da sagt so nibur 48 reguläre plus vier überstunden das macht 42 mark 40 wenn er das auf esperanto sagt ich sprach hastig und unordentlich weil ich wusste dass alles unpassend war was ich zu sagen hatte auf diesen ziegenpfaden die einmal gänse straße und smorcha straße und mila straße geheißen hatten in dieser geschiebelandschaft aus aschig splittrigem staub den mund zu anderem zu öffnen als zu stammelndem gebet war so unpassend wie es unpassender nicht ging aber weil ich keine gebete konnte stammelte ich wenigstens siehst du Marek das ist interessant sagte der leutnant dein vater hat ein wenig gedacht wie der gute doktor zahmenhof und ich ich denke ein wenig wie deiner onkel johnny ist das nicht interessant was meinst du wenn wir beide könnten esperanto du und ich ob wir uns besser verständigen könnten was meinst du wenn ihr gekonnt hättet esperanto und die leute in der mile straße und in der zahmenhof straße hätten auch gekonnt esperanto was meinst du hätte man sich verständigen können dass man wird nicht versenken zahmenhof straße und gänse straße und so weiter ich weiß mein vater hat bei solchen sachen meistens nicht recht gehabt wenn er mit onkel johnny stritt nun sagte der leutnant da muss ich deinen vater etwas beschützen ihn schützen nehmen immer hat er nicht unrecht gehabt ist er nicht gekommen nach frankreich es war wirklich nicht wichtig aber ich dachte er kennt sich aus mit meinem lebenslauf und vielleicht glaubt er ihn einmal auch und ich dachte und das war mir schon wichtiger das ist aber bestimmt seltsam dass ausgerechnet eine zahmenhofstraße so zerrieben wird und ob es irgendetwas nützt wenn ich in diesem staub auf die knie sinke und schwöre dass ich die Hand ebenso wenig an einen Menschen in nur einen Stein unter diesen ehemaligen Steinen dass es nichts nützen würde wußte ich gleich und dass es mir schaden würde wußte ich auch denn eine Scharade war ausgemacht mit durchreisenden Vettern und nicht mit einem Kerl der sich in den Staub kniet und ein deutsches Geschrei anstimmt das züge mir und meinen Polen andere Polen zu und wir konnten alle nicht Esperanto darf sagte ich und der Leutnant antwortete wenn es nichts zu tun hat mit ihrer Untersuchung bitte nein nicht damit es hat mit der Kirche zu tun es sieht wie ein Wunder aus dass man die Kirche nicht getroffen hat ist das die Frage sagte er ob es ein Wunder war fängst du an dich für Wunder zu interessieren nein es war eine Frage der Sprengtechnik man hat hier nicht gesprengt nicht geschossen auch geschossen wie der Aufstand war hat man geschossen und gesprengt und wie der Aufstand fertig war hat man gesprengt und mit Flammenwerfer die Löscher ausgesäubert 100% ihr habt wieder gemacht einen Weltrekord es kamen uns einige Leute entgegen die einen Gerümpelkarren schoben und der Leutnant redete in einem belehrenden polnisch auf mich ein bis wir vorüber waren ich habe doch nicht von unserer Tante gesprochen sagte er dann ich habe gesprochen von St. Augustinus der Schutzpatron von dieser Kirche dort ich weiß nicht mehr viel vom heiligen Augustin ich habe vergessen aber zwei Dinge von Augustin vergisst man nicht wenn man katholisch gewesen ist und wenn man ist Pole Erbsünde und Prädestination die Menschen können nicht gut sein ist schuld von Adam und manche sind von Gott ausgewählt für ewigen Heil sehr symbolisch dieses Gebiet sieht man dass Menschen nicht gut sind und sieht man auch sogar die Kirche ist übrig geblieben die Name hat vom auserwählten heiligen Augustinus sehr symbolisch ich konnte nicht gut schon wieder sagen ich wüsste es nicht mir schien ich hatte das heute schon zu oft gesagt es hatte aber immer gestimmt ich wußte nicht wie diese Stadt versunken war und ich wußte nichts vom Zahmen Hof und Prädestination und als ich einen Schimmer von Genugtuung heraufkommen spürte dachte ich wütend das ist doch kein Grund zur Genugtuung dass einer von sich sagen kann er weiß nichts dein Bruder wäre jetzt 23 Jahre alt nicht war sagte der Leutnant wenn er meinen Lebenslauf nur so glauben wollte wie er ihn kennt dachte ich und ich antwortete ja ziemlich genau wie Mordechai Anjeliewicz sagte der Leutnant hast du gehört von Mordechai Anjeliewicz ich hasste ihn und mich dafür dass ich wieder verneinen musste aber ich verneinte der war 23 und ist Führer vom jüdischen Aufstand gegen euch gewesen kannst du dir vorstellen deinen Bruder als einen Führer von einem Aufstand wenn meine Mutter nicht dazwischen gehen könnte schon sagte ich und der Leutnant tat etwas Ungeheuerliches er lachte hier und über etwas das ich gesagt hatte aber nicht höhnisch lachte er er lachte wie man mit seinem Vetter eben lacht wenn der einen Witz gemacht hat meine Mutter war ähnlich sagte er und schwieg eine Weile dieser Morde Kajanjelewitsch hat geschafft zwei unglaubliche Sachen mit 23 dass sich das Stück von einer Stadt erhebt gegen ganz Hitler Europa ihr wart noch in Afrika und in Norwegen und zum zweiten Mal in Kharkov und da erheben sich die frommen Juden er ging kopfschüttelnd neben mir her und bezog mich so selbstverständlich in seinen Staunen ein dass ich mich zu sagen getraute und was ist das andere von diesem Mordechai gewesen das andere unglaubliche das sagte er wirst du nicht verstehen aber ich habe gesagt zwei also sage ich jetzt auch zwei das zweite unglaubliche ist er hat geschafft ich kenne selber zwei Fälle das gute katholische polnische Vater und Mutter taufen ihren Sohn Mordechai und dabei es gibt noch nicht so viele Familien mit neuen Kinder ich rutschte mit einer Holzsohle auf etwas metallenem aus das unter dem ziegelsand in der Straße war und der Leutnant sagte nicht kein Bein noch brechen auf der Straßenbahn bitte Straßenbahn sagte ich so groß war die Straße ja sagte er man sieht es nicht aber es war die große Straße von einer großen Stadt Straßenbahn und viele Geschäfte und viele Fabriken und viele Handwerker und viele Menschen als Junge habe ich in der Selasna gewohnt wir kommen da gleich vorbei und eine Tante hat am Danziger Bahnhof gewohnt da sind wir dieser Strecke gefahren deshalb es ist für mich dieser Weg so ohne Wirklichkeit weil ich habe diesen Weg gehasst wegen dem feinen Anzug was ich immer anhaben musste wenn man zur Tante fuhr und jetzt stell dir vor einen feinen Anzug und diesen Weg und Streit war auch immer in der Straßenbahn weil mein Vater hat gewollt meine Mutter soll mit ihm wetten wer an Ecke Gessia Zamenhofer aussteigt wo das eine Gefängnis war meine Mutter hat gesagt es ist genug peinlich für die Leute da sie müssen im Gefängnis Besuch machen da soll man nicht auch noch auf sie wetten aber mein Vater hat gesagt wer Leute im Gefängnis hat ist andere Sachen gewöhnt und wenn wir bei der Tante ankamen waren Vater und Mutter ganz im Zorn und vor der Tante haben sie es versteckt vielleicht war es eine Erbtante ich weiß nicht so hier um die Ecke hier kommt gleich Selazna und Ghetto ist hier auch zu Ende habe ich nicht gesagt hier sieht man was das kaputtes ist was kaputtes Wohnhaus oder kaputtes Werkstatt oder kaputtes Warenmagazin unsere beiden zurückhängenden Begleiter riefen etwas wovon ich nur die Anrede Herr Leutnant verstand und der Leutnant der sie herankommen ließ sagte ihnen wohl auch gleich dass sie ihn bei unserer Scharade nicht mit Herr Leutnant anzureden hätten sie nahmen das zerknirscht zur Kenntnis und redeten dann beide gleichzeitig auf meinen Vernehmer ein und nach einer Weile zeigte er Verständnis und die beiden fielen wieder zurück Polizisten sind das sagte er reden von eine kann zu seiner Frau gehen gut was ist ein Kilometer wenn es wegen der Frau ist aber was ist ein Kilometer wenn es wegen der Frau von einem anderen ist also dies ist die Zelazna wo ich gewohnt habe aber erst unten an der Ecke Slota bitte sagte ich bevor wir an ihrem Haus vorbeikommen darf ich noch eine Frage stellen wenn sie nichts mit ihrer Untersuchung zu tun hat bitte sagte er bestimmt nicht sagte ich es ist nur noch einmal wegen dieser Häuser an denen man nicht mehr erkennt welche Art kaputte Häuser sie gewesen sind sind die Leute die da wohnten ich meine waren die in den Häusern ich meine sind die auch ich meine haben wir die auch die habt ihr auch sagte er die meisten man sagt es sind gefallen 60.000 und vorher und nachher die anderen sind nach Treblingka gekommen und was betrifft ihren Verbleib in Treblingka da fragen sie am besten einige ihrer Zellen Kameraden sagen sie einfach hört mal Kumpels ist einer von euch in Treblingka gewesen und hat er da Leute gekannt die früher in der Mielerstraße und in der Zahmenhofstraße gewohnt haben und kann er mir sagen was aus denen geworden ist solche Fragen werden bei uns nicht behandelt sagte ich er lachte und klopfte mir auf die Schulter und ich dachte zuerst er sei wegen der Leute die in dieser doch belebteren Gegend öfter vorbeikamen aber es war weil ihm der Ausdruck zu gefallen schien denn er wiederholte ihn mehrmals solche Fragen werden bei uns nicht behandelt das ist interessant sagen sie welche Fragen werden bei ihnen behandelt sie sollen mir nichts ausplaudern geben sie mir eine generelle Charakteristik das ist schwer sagte ich ich verstehe was sie meinen eine generelle Charakteristik aber bei 89 Mann ist es schwer vielleicht kann man sagen man spricht darüber wie viel besser es früher war man spricht von seinem schönsten Erlebnis das ist interessant aber natürlich man sagt früher war es besser als wir die Leute in Treblinka eingesperrt haben da war es besser heute hat man uns in Rakowiecka eingesperrt heute ist es nicht so gut aber schönstes Erlebnis das ist wirklich interessant ist es sehr indiskret wenn ich frage was haben sie als ihr schönstes Erlebnis angegeben ich muss ihn wohl etwas erstaunt angesehen haben und er hat mich verstanden und gelacht und gesagt sie denken er fragt mich und fragt mich und sagt nie etwas von Indiskretion aber heute spricht er plötzlich von Indiskretion es ist dabei ein Unterschied sonst frage ich bei Untersuchung in Ralkowiecka und jetzt frage ich bei Unterhaltung auf Selasna was meine Kinderstraße ist und auf der Selasna brauchen sie nicht zu antworten weil weil es beinahe gleich war und weil ich ihm beinahe traute sagte ich dann könnten sie ja immer noch in der Ralkowiecka auf die Frage zurückkommen es gibt aber keine richtige Antwort ich habe gesagt mein schönstes erlebnis steht mir noch bevor wenn ich aus dem Gefängnis heraus komme das kann ich verstehen sagte er das wäre ein schönes erlebnis für sie schauen sie dort unten war unser haus natürlich man kann es jetzt nicht sehen natürlich es ist nicht mehr da und man kann die stelle auch von hier nur sehen weil die anderen häuser die sonst noch davor waren jetzt ebenfalls nicht mehr da sind kann man in diesem zusammenhang sagen ebenfalls er sprach in gemütvollem polnisch auf mich ein als wir an einer reihe von misstrauisch äugenden Leuten vorbeikamen die etwas feil zu bieten schienen was aber wohl nicht vor jedermanns auge gehörte jetzt habe ich wirklich von meiner tante gesprochen und ich habe Angst gehabt es ist unter den schiebern einer der mich kennt Angst sie was könnte ihnen denn passieren dass ihnen einer mit einem mauerstein den schädel einschlägt was glauben sie kann ich machen jetzt passen sie auf wenn ich mütze abnehme nehmen sie auch mütze ab und wenn ich auf setze setze auch sie auf verstanden und jetzt kein deutsch er nahm nach einigen schritten seine mütze ab ich tat es auch und meine beiden begleiter hinter uns taten es auch bald zu unserer linken hing eine holztafel an einer hauswand und ein kranz lag darunter und in allen möglichen gefäßen standen blumen als wir alle unsere mützen wieder auf den kopfen hatten sagte ich darf ich fragen ja ich nehme an sie wollen wissen wen sie haben gegrüßt mit ihrer mütze ja sie werden bis rakoviecka noch einige male mit mütze grüßen überall wo ihr habt menschen erschossen geißeln sagt man es sie meinen geißeln mit einem s nicht mit s z besten dank aber gibt es was gibt es mit s z dieses wort ja das ist so eine peitsche das ist aus dem mittelalter richtig ich weiß wieder aber diese stellen von den geißeln sind nicht aus mittelalter natürlich wissen sie nichts davon dass geißeln erschossen worden sind doch das weiß ich das ist bekannt gegeben worden als ich soldat war wenn es einen überfall gegeben hat ist das zur vergeltung gewesen ja sagte der leutnant so hat man es bekannt gegeben ich frage es weil es mich interessiert hat man bekannt gegeben weil böse Polen auf friedliche müssen nun böse Polen erschossen werden zur Vergeltung als Geisel oder hat man bekannt gegeben weil sich wieder einige Polen gewehrt haben dagegen dass wir seit 1930 und neun polnische Menschen totschießen nein ich glaube man hat einfach gesagt zur Vergeltung für einen Überfall wurden heute Polen standrechtlich erschossen der leutnant legte seinen fetterlichen Arm um meine Schulter und weil die Straße nun schon sehr belebt war sprach er dicht an meinem Ohr und er sprach sehr ruhig was seine Worte aber nicht viel erträglicher machte standrechtlich nun das ist natürlich schon etwas es ist beinahe rechtlich nicht wahr aber genau wissen sie es nicht ob man es so gesagt hat ich stelle ihnen jetzt eine Frage sie hat nichts zu tun mit ihrer Untersuchung sie hat zu tun mit ihrem mit deinem Leben ist es dir nicht etwas zum Wundern dass du immer nur glaubst und nicht weißt und es ist gegangen um das Leben von Menschen verstehst du muss man nicht genau ganz genau wissen ganz genau hinsehen ganz genau hinhören ganz genau fragen ganz genau denken wenn es geht um das Leben von Menschen das stimmt das stimmt sagst du jetzt aber du sagst nicht was du sagen musst wenn du ehrlich bist wenn du ehrlich bist musst du sagen ich habe gelernt die Polen sind untermenschen und wir sind Herren Menschen hast du es so gelernt das war doch Propaganda sagte ich ich flüsterte es beinahe denn ich hatte große Furcht die Leute um uns könnten uns auf unsere deutschen Worte kommen Propaganda du meinst leeres Wort ohne Bedeutung ohne Bedeutung für dich wollen wir sehen hat es gegeben in man polnische Arbeiter mit P auf Jacke ja die haben aber meistens bei den Bauern gearbeitet aber hat es gegeben ja waren auch manchmal in der Stadt ja gehst du auf auf Trottoir kommt dir Pole mit P entgegen ist nur Platz für einen wer geht auf Straße ich glaube nein nein nicht ich glaube der Pole ist runter gegangen und ich bin oben geblieben warst du so alt und der Pole so jung nein warst du altes Frau und der Pole junger Mann Nein ich weiß was sie meinen was meine ich der Pole oder die Polin ist runter gegangen hat Platz gemacht weil sie Polen waren und ich bin oben geblieben weil ich Deutscher war das meinen das meine ich aber noch mehr hast du überlegt wenn eine Frau gekommen ist mit einem P hast du Platz machen wollen das kann vorgekommen sein dass ich zuerst gedacht habe ich meine das ist ja nicht groß was zum denken aber dass ich zuerst gedacht habe da kommt eine Frau und dass ich dann beinahe schon runter war vom Gehsteig das kann sein aber dann hast du gesehen es ist eine Frau mit P und du bist auf Gehsteig geblieben ja Propaganda ja so hier machen wir Umweg weil Kollege zur Frau gehen muss nun es gibt schlechtere Argumente für Umweg das war Hauptbahnhof und dies war Allee Jeroseliminsky große Prachtallee bis über die Weichsel kann man noch erkennen nicht wahr ja etwas anders als da hinten ist es als da hinten ach ghetto ja etwas anderes ist es deine Mutter ist jetzt 42 Jahre stimmt 42 keine junge Frau keine alte Frau kannst du dir vorstellen sie geht in Marne wie wir gehen in Warschawa sie hat D Anjacke und wenn Engländer kommt muss sie auf die Straße von Gehweg weil sie D hat und kommt ein Mensch der ist 20 Jahre aber ist Engländer und richtiger Mensch kannst du dir vorstellen ich möchte es nicht das verstehe ich und verstehst du dass ich möchte mir nichts vorstellen meine Mutter ist mit P durch Marne gegangen und hat dir Platz gemacht wenn du gekommen bist das kann ich auch verstehen sagte ich aber manche Sachen hat man sich eben angewöhnt weil es alle so gemacht haben natürlich sagte der Leutnant natürlich hat man sich angewöhnt Polen müssen von Gehweg Polen müssen kennzeichnen an Jacke haben Polen müssen zur Arbeit in fremdes Land Polen müssen erschossen werden als Geiseln wenn sich andere Polen gewährt haben gegen Herren Menschen man man angewöhnt sich Polen von Gehweg zu stoßen und an Mauer zu stellen überall wo wir gehen mit Mütze ab haben deutsche Soldaten geschossen weil sie sich hatten angewöhnt Polen kann man erschießen Propaganda die sind doch kommandiert worden sagte ich und ich merkte dass ich es zu laut getan hatte denn es sahen Leute zu mir hin und der Leutnant überschüttete mich mit einem polnischen Wortschwall und ich nickte vorsichtshalber dazu erst nach einigen Blicken über die Schulter ging mein Vetter wieder in sein leises Deutsch über bitte nicht so laut gibt es Landsleute die haben sich angewöhnt alles deutsche an die Kehle zu springen sagst du kommandiert wurden weißt du Marek wenn ich gehe nach alle Erlebnisse von alle Interrogation die ich ein Jahr mit Deutschen Mache hat jeder Deutsche zwei Abteilungen gehabt in der einen war er kommandiert und in der anderen war er frei hat sich frei gemacht in Abteilung Kommando hat er gemacht alle schlechten Sachen und in Freiabteilung hat er gemacht viele gute Sachen es ist auch der Ergebnis von der Interrogation dass man die schlechten Sachen nur gemacht hat damit man die guten Sachen machen kann gehorcht man schlechte Kommandos kann man viele gute Sachen machen ich will nicht sprechen über deine Untersuchung aber warum hast du noch nicht erzählt von die guten Sachen die du alle gemacht hast für polnische Menschen weil ich keine gemacht habe keinen versteckt gehabt vor böse Faschisten nein keinen gegen Schläge geschützt von besoffenem Bauer nein keinem warme Jacke geschenkt warme Suppe Zigaretten Kippen von Zigaretten habe ich ich muss sagen Marek dann bist du ganz seltsamer Deutscher ein Deutscher was nicht geholfen hat wo er konnte wenn ich den Abteilung Kommando war armen polnischen Menschen ich muss glauben Marek du hast die Polen wie die Feinde behandelt in Abteilung Kommando und auch in Freiabteilung ganz ungewöhnlich Marek was glaubst du Mütze ab hättest du sogar geschossen auf polnische Menschen hier an dieser Wand ich kann es mir nicht vorstellen ich will es wohl nicht nun sagen wir du kannst es nicht ich werde dir helfen wir nehmen an es ist ein Sonntagnachmittag in Warschawa du bist im Quartier in Warschawa du putzt Uniform weil du bekommst Ausgang gehst mit deiner Kameraden in Wehrmacht Kino oder Wehrmacht Kneipe oder Wehrmacht Bordell oder in Polnischen Park nur für Wehrmacht und nun kommt Alarm ihr steigt auf Opel Blitz Auto und fahrt hierher sagt der Feldwebel es ist auf deutsche Kameraden geschossen worden von polnischen Untermenschen auch nicht Spaß aber natürlich es ist Kommando kann man nicht in Wehrmacht Park und muss Geiseln fangen ihr kommt Ecke Jarosolimski Posnanska seit dem Aufstand stehen nicht viele Häuser aber es stehen welche und Kommando heißt sollt ihr greifen 20 polnische Leute nun ist aber so die polnischen Menschen welche geschossen haben sind lange in Versteck wenn ihr kommt auf der Straße ist eine Oma die mit einer anderen Oma über den Krieg klagt und noch eine Oma kommt mit zwei Eimer voll Wasser es ist unterwegs ein alter Mann der ist Schuster weil er immer so Geschichten erzählt mit vielen Lügen haben ihn die Kinder gern und es begleiten ihn drei Kinder in der Haustür dort drüben stehen fünf Jungen bald wird man ihnen ein P ankleben und wird sie nach Deutschland schicken aber Wolinowski trifft ist sie froh aus der Haustür stiehlt sich Mlodek der wieder bei der Frau Wieniazka gewesen ist Mlodek hat den Schuss nicht gehört weil die Frau Wieniazka so begeistert war und von den anderen haben die meisten auch den Schuss nicht gehört oder sie haben gedacht ja einer von diesen Schüssen heutzutage aber eure Lastwagen hören sie und wer angwöhnisch genug ist und schnell genug verschwindet sich und die anderen fangt ihr ein sind ja nur elf schreit der Feldwebel und zu viele alte Weiber sind es auch los in die Buden bringt ein paar Kerle je eher es 20 sind Leute je eher werden wir einen Feierabend bekommen das ist ein Kommando nicht wahr also holt man genug bis es sind 20 du findest sagen wir du findest den Schuster zuerst denkst du auch ach so ein alter Mann aber dann geht es wie es dir angewöhnt ist dir fällt ein dass der alte Mann ja ein Pole ist da ist es etwas anderes nun stehen sie an dieser Hauswand der Feldwebel zählt stimmt 20 und er meldet dem Offizier im Führerhaus vom Opel Blitz 20 Geiseln wie kommandiert wie kommandiert wie befohlen 20 worauf hatten sie noch sagt der Offizier und Feldwebel gibt Kommando und ihr schießt vielleicht triffst du den alten Schuster weil du hast ihn gebracht du bringst die Sache zu Ende oder du triffst Nortek der etwas jünger ist als du ist aber egal wen du triffst denn du triffst Polen polnische Geiseln als Vergeltung du schießt nicht freiwillig aber Dienst ist Dienst sagte ich und ich sah mich nach der Gedenkstelle um und ich wusste jetzt auch warum die Mauern an denen diese Tafeln über den Blumen hingen so besonders zerschründet waren natürlich sagte der Leutnant sie haben zu wenig Fantasie was brauchen sie mehr für alle blutige Vorstellung als diese Stadt ich kann mir nicht vorstellen dass ich auf den alten Schuster geschossen hätte mein Großvater war doch Schuster ich weiß sagte der Leutnant dem ich hundertmal meinen Lebenslauf geschrieben hatte aber sie müssen bedenken ein polnischer Schuster und man hat sie kommandiert aber vielleicht wollen sie lieber auf Nortek schießen auf den können sie sogar eine Wut haben er hat sich bei Frau Winiaska warm gelegen und sie kriegen nicht einmal ein Blitzmädchen hinter die Büsche ich will auf niemanden schießen aber wir diskutieren die Vergangenheit wir haben die Scharada die Scharada dass man sie hat kommandiert polnische Geiseln zu erschießen was glauben sie hätten sie geschossen ich bin kein Mörder sagte ich meinen sie es jetzt was ihre Untersuchung betrifft oder meinen sie was unsere Unterhaltung betrifft wenn ich darf beides sie dürfen nicht aber was betrifft unsere Unterhaltung ich habe nicht gesagt sie sind Mörder ich habe gesagt sie sind Nazi Soldat ich war kein Nazi kann sein nur ein Soldat der Nazis was glauben sie hat es für den alten Schuster und den jungen Lotteg und die älteren Herren Malinowski einen sehr wichtigen Unterschied gemacht wer sie erschießt an einem Sonntagnachmittag in ihrer eigenen Stadt ein Mörder oder ein Nazi Soldat oder ein Soldat der Nazis ich glaube auch nicht dass es so vor sich gegangen ist wie sie es sagen nun Marek mein lieber unwissender Vetter ich werde nicht weiter auf dich einreden ich werde dich geben an Experten wenn du kommst nachher nach Rakowiecka du hast es ganz bequem du kannst deine Zellen Kameraden fragen wie man hat gemacht Geisel erschießung ich dir weil du jung bist und lernbegierig sagst du zu General Eisensteck Herr General ich weiß nicht wir haben Geiseln erschossen bitte Herr General erklären sie mir der Eisensteck der Eisensteck und ein paar andere aber das ist noch Untersuchung und sind noch Fälle das werden wir nicht besprechen aber frage du fragst du nach Geisel Erschießung und nach Treblinka vielleicht fragst du auch ob einer bestätigen kann was dir die Polen über Ghetto einreden wollen ist doch wahrscheinlich polnische Propaganda oder um einmal zu berühren ganz am Rande deiner Untersuchung vielleicht bist du wirklich nicht der wovon die Frau gesagt hat und dann weißt du die Polen irren sich mit mir und dann denkst du die Polen irren sich nicht nur mit mir die Polen gehen schlecht mit Treblinka und Ghetto Mütze ab ich sah vorsichtig nach der Zahl an der zerschossenen Hauswand und als ich eine Zahl gelesen hatte dachte ich mit blödsinniger Erleichterung nur elf und mein Vernehmer der ersichtlich mehr von mir kannte als nur meine Lebensläufe sagte nur elf ihr seid ihr eilig gewesen dann sagte er weil ich nicht weiß was deine Zellen Kameraden dir antworten wenn du nach Geiseln fragst antworte ich dir noch eines nicht immer hat der Feldwebel gesagt lass die alten Weiber und die kleinen Kinder manchmal habt ihr nur genommen Frauen und Kinder im 44er Jahr beim Aufstand habt ihr Frauen und Kinder aus Keller und der Heilige Kreuzkirche geholt mussten vorne laufen vor eure Panzer so seid ihr gekommen gegen unsere Barrikata in der Straße Norvis Das heißt neue Welt Kinder vor Panzer das man nicht schießen kann das ist eure neue Welt gewesen frag in deiner Zelle ob einer in einem solchen Panzer gewesen ist sag ihm wenn ich zu euch vernehmen komme ich war hinter Barrikata ich habe ihn gesehen ich habe euch gesehen zum ersten mal seit ich ihn kannte und das war nun schon lange hatte er sich in einen würgenden Zorn geredet und er schien vergessen zu haben was wir ausgemacht hatten zu unserem Schutz und auch ich vergaß in meiner Furcht dass mir verboten war von mir und von meiner Untersuchung zu reden und ich sagte bitte mich haben sie nicht gesehen mich können sie nicht gesehen haben ich war nicht hier wie der Aufstand war halte deine blutige Fresse sagte der Leutnant wir sind sehr lange wortlos durch die ausgeschwärzten und zugeschütteten Straßen gegangen und ich habe gespürt dass der Mann neben mir sich festhielt um mir nicht an den Hals zu gehen und ich habe meinen Atem verschluckt und habe jeden der hunderttausend Steinbrocken auf dem Weg schon von weitem gesehen nicht stolpern nicht husten gewichtslos gehen gesichtslos wie ein toter sein denn wenn er merkt es ist noch Leben in dir nimmt er es heraus aus dir aber die Mütze habe ich gezogen vor zwei weiteren Tafeln und nach dem zweiten Mal hat der Leutnant endlich gesagt das ist interessant du hast dir angewöhnt eine Person was ein P hat muss herunter auf die Straße und ich habe mir angewöhnt eine Person was hat deine Uniform hat geschossen auf Frau und auf Kind hast du deine Angewöhntheit gelernt in Marne habe ich meine Angewöhntheit gelernt in Warschawa hinter Barrikata von der Straße Neue Welt du denkst ich weiß Propaganda es gibt dieses Wort Grauenmärchen nein Gräuelmärchen ich sage dir seit September im 44er Jahr glaube ich jedes Gräuelmärchen weil ich habe erlebt das Gräuelmärchen es kommt viel oft eine Nacht wo ich euch sehe Tigerpanzer kommt gerollt und man betet und nimmt Gewehr dann sieht man vor Tigerpanzer Menschen und wenn man erkennt es sind Kinder und sind Frauen weiß man warum der Tiger so langsam kommt er muss vorsichtig sein mit seiner Geisel er braucht Geisel noch bis er an Barrikada ist dann kann er Barrikada zerdrücken und Geisel aber jetzt muss der Tiger ganz langsam gehen er kommt in der Nacht der Gedanke der gewesen ist man muss schießen es sind unsere Frauen unsere Kinder aber wenn der Panzer ist nahe genug wird er sie auch töten die Barrikada und sie also muss man schießen nicht geschossen man hat den Tiger kommen lassen man hat sich versteckt mit seinem Gewehr der Panzer hat alles zerdrückt man wacht immer auf man glaubt an alle Gräuel Märchen ihr habt es uns angewöhnt er hatte wieder dieses steinerne Gesicht und ich war mehr als froh die Rufe der beiden anderen Begleiter zu hören wir hielten vor einem halbwegs heilen Haus im Eingang gab der eine der beiden halb zivilen dem anderen etwas das dem nun auch die andere joppentasche beulte und dann gingen wir zu dritt weiter die beiden unterhielten sich es war wohl über ihren kameraden und die frau die er besuchte man kennt ja solche gespräche am ton aber nach einer weile hieß der leutnant den anderen doch wieder von uns abzufallen es ist nicht mehr weit bis gefängnis sagte er hier sehen die leute hin auf drei leute die in die rakowiecka gehen es ist wie in der straßenbahn an der ecke zamenhoff hagesia straße ich möchte nicht dass leute wetten auf uns wenn es wird noch einmal eine identifikatia geben werden wir einen anderen weg gehen oder das auto ist schon nicht mehr kaputt wir fahren über mokotowska und drei kreuzplatz nach noviziat zeige ich dir an krakauer vorstadt die kirche von heiliges kreuz keine angst ich werde nicht erwähnen die frauen mit ihre kinder wir machen scharada ich werde nur erwähnen was man vetter zeigt pfeil wie man sagt pfeiler in den ist eingemauert das herz von chopin gedenktafeln für dichter bruce und kraschewski und swawaki und general schikorski ich spreche barock wir machen scharada ich wollte ihn forthalten von seiner erinnerung an das gräuel märchen und darum sagte ich ich will sie bestimmt nicht beleidigen aber ich habe diesen Namen noch nicht gehört er dachte darüber nach und dann sagte er dadurch beleidigst du nicht mich man hat dir nicht angewöhnt dass es gibt polnische Dichter aber bestimmt kennst du Chopin wenn ich seinen Namen französisch spreche wie es die deutschen tun und natürlich die franzosen und vielleicht alle anderen nur die polen nicht Chopin ach der ja das habe ich mal gehört dass der pole war aber ich weiß nicht viel von Musik wir bogen in die Straße ein die ich als die rakowiecka erkannte und ich fragte mich um wie viel besser ich jetzt dran sei als beim ersten Mal ich war noch immer den Namen den eine Frau in Praga mir gegeben hatte nein ich war nicht besser dran denn ich hatte heute noch mehr von der Stadt gesehen ich hatte gehört was man sich von uns erzählte in dieser Stadt wie konnte ich besser dran sein und weil es ein Tag voller grauen Märchen und präziser Schreckenswunder war ein Tag der Scharade der Tag eines Spiels bei dem sich aus Bildern dachte mein Verwegenstes mein Verrücktestes ich in mir und doch bist du heute besser dran ich hielt mich aber nicht lange mit dieser ausgefallenen Behauptung auf weil wir an einem intakten Häuschen vorbeikamen an dem über einem prächtigen Wappen eine rot-weiß-blaue Fahne wehte Botschaft von Holland sagte der Leutnant waren sie in Holland nein sagte ich nur in Polen und nicht einmal bis Lublin sagte er nur bis auf den Bahnhof von Lublin sagte ich es ist ein Gegenstand der Untersuchung sagte er aber ich denke gerade wenn man dich heute identifiziert als guter Mensch wie in gutes Märchen das gibt es auch gibt das Gräuel Märchen gibt das gutes Märchen wenn man dich identifiziert als einen von den vielen Deutschen die nur warme Suppe gegeben haben an Polen und haben Polen beschützt vor schlechte SS dann schickt man dich heute nach Hause und was wirst du dann gesehen haben von Polen ich hätte ihm sagen können dass mir das nicht so wichtig wäre wenn ich nur Marne wieder zu sehen kriegte aber ich behielt es lieber für mich und er gab sich selber Antwort du wirst gesehen haben ein Land im Krieg in deinem Krieg du wirst Häuser gesehen haben die brennen und Häuser die gebrannt haben und sehen aus wie Asche in Karton du wirst in keiner Kirche gewesen sein und kein Museum und kein Barbiersalon und auf kein Jahrmarkt und in keiner Schule und auf keinem Fußballplatz polnische Wände sind von Gefängnis oder Versteck wenn russischer Panzer kommt polnische Straßen sind wie Ziegenpfad oder sind lang wie zwischen Konin und Wutsch polnische Dichter weißt du nicht polnische Musiker denkst du sind Franzosen polnische Menschen was wirst du kennen von polnischen Menschen solche was haben sich versteckt wenn du gekommen bist und solche vor die du möchtest immer fortlaufen und solche die nicht wissen dürfen dass du bist da polnische Menschen die eingesperrt sind weil sie haben eine kriminelle Untersuchung und andere polnische Menschen die aufpassen dass eingesperrte nicht fortlaufen die untersuchen ob eingesperrte die Wahrheit sagen du ein schlechtes Märchen ja sagte ich schlecht ist es aber ob es ein Märchen ist das wird man untersuchen sagte er und gleich danach lieferte er mich ab hinter der Tür die in dem Tore Rakowiecka 37 ist und wie zum Zeichen von einer Änderung war diesmal der schnauzbärtige Soldat nicht da schnauzbärtige Untertitelung. BR 2018